Ja, HTML ohne CSS wäre ganz schön langweilig, denn dann gäbe es keine schönen Webseiten, sondern alles wäre dann irgendwie so hässlich wie das jetzt. Ja, so würde die Seite ohne CSS aussehen. Bilder zu groß oder zu klein, Text einfach nur irgendwie untereinander, einfach nur hässlich. Kurze Theorie zu den CSS Basics, und zwar, CSS funktioniert von der Syntax her so, dass wir einen Selektor haben und dann in den geschwungenen Klammern immer Eigenschaft, Doppelpunkt, Wert, Strichpunkt. Und von den Eigenschaften und den Werten, das ist dann das, was im Endeffekt formatiert werden soll, wo das Layout definiert wird, und der Selektor definiert im Endeffekt was, welches Tag oder welche Tags sollen diese Formatierung bekommen. Ja, also welche Tags bestimmt der Selektor und Eigenschaft, Doppelpunkt, Wert, also das, was in den geschwungenen Klammern ist, das definiert schlussendlich, wie formatiert werden soll. Und da gibt es mehrere Selektoren, die drei Basic-Selektoren sind der Tag-Selektor. Dabei schreibt man einfach den Tag-Namen, in geschwungenen Klammern, Eigenschaft, Wert, zum Beispiel eben H1, Color Red, Margin Bottom 10. Also Abstand nach unten, möchte ich bitte 10 Pixel haben und die Farbe hätte ich gern Rot. Und angewendet wird dieses auf alle H1-Tags. Also auf alle, nicht nur ein bestimmtes, sondern alle. Das zweite ist der ID-Selektor. Hier wird nur ein Element mit einer bestimmten ID formatiert, und wenn wir den ID-Selektor verwenden, dann schreiben wir Raute ID als Selektor und dann natürlich wieder Eigenschaft, Doppelpunkt, Wert, was wir gerne hätten. Zum Beispiel Raute mein Element selektiert ein Element mit der ID mein Element. Und in dem Fall Color Red und wieder Margin Bottom. Also die gleichen Eigenschaften, die beispielsweise hier gesetzt werden. Nur in diesem Fall werden nicht alle H1-Tags selektiert, sondern nur dieses eine mit dieser ID mein Element. Dann gibt es auch noch den Klassenselektor. Der Klassenselektor definiert im Endeffekt alle Elemente unabhängig vom Tag, die diesen entsprechenden Klassennamen haben. Also in diesem Fall wieder Eigenschaft, Wert, das ist gleich, nur in diesem Fall haben wir Punkt-Classname. Also wenn wir nur einen Namen haben, dann muss es ein Tagname sein. Wenn wir vorher eine Raute haben, dann muss es eine ID sein. Und wenn wir einen Punkt haben, dann muss es eine Klasse sein. Zum Beispiel Punkt-Rot. Und dann können wir alle Elemente, die diese Eigenschaft besitzen, also in diesem Fall sowohl das H1 als auch das Band-Tag, werden alle rot. Und jetzt kann man diese Elemente natürlich auch entsprechend kombinieren, beziehungsweise was ist, wenn mehrere Selektoren anspringen. Na dann haben wir folgendes Szenario. Wir haben hier eine Unordered-List mit den entsprechenden Listen-Elementen, ID first, dann den Klasse 6 third und zwei Elemente ohne. Dann haben wir entsprechend diese CSS-Angaben, wo first mit der Farbe rot gesetzt wird, second third mit der Farbe grün gesetzt wird und Li mit der Farbe blau gesetzt wird. Das Ergebnis ist dann, dass der ID-Selektor der stärkste Selektor ist, der konkreteste Selektor ist und der natürlich zieht. Dort, wo der ID-Selektor nicht anspringt, ist der zweitstärkste der Klassenselektor. Und das allgemeinste, das ist sozusagen nur die Li-Angabe. Und die Li-Angabe, die zieht dann entsprechend, wenn man es braucht, zu. Quizfrage, schreibt es in die Kommentare, warum ist das dritte Element blau und nicht grün, wie man glauben werde? Also das ist ein kleines Quiz. Ein Praxisvideo gibt es auch noch, wie das genau aussieht, wo wir das mal direkt on the fly testen in einem Online-Tool. Aber soweit mal zur Theorie. In diesem Sinne viel Spaß mit den ersten Schritten in CSS. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.